Ladies and Gentlemen, willkommen zum Video des heutigen Tages. Heute gestylt im Oversized T-Shirt aus unserer Druckerei ab Januar erhältlich. Genug der Provo. Was wir jetzt machen ist folgendes. Wir sehen oftmals oder ich sehe oftmals auf Instagram, auf Facebook Werbeanzeigen, Anzeigenbilder, die nicht optimal platziert sind und dementsprechend schlechte Werte erhalte und dementsprechend keine Verkäufe machen. So, was wir heute machen, ganz öffentlich über zu reden, was du für Anzeigenbilder benutzen kannst, welche Anzeigenbilder du benutzen solltest und welche Anzeigenbilder optimal sind, dass deine Werte wie die Klickrate oder seine Verkäufe in die Höhe steigen. Außerdem, wenn du Fragen hast und mir gerne irgendwelche Fragen stellen möchtest, kannst du mir das halt auf Instagram schreiben, at apposwally. Genug der einleitenden Worte. Wir fangen an mit einem Beispiel aus einem unserer Fun Shops. Das ist ein Shop, für den wir Kleidung für uns produzieren und eine Kleidung für ein paar Zuschauer, die sich dementsprechend kleiden wollen. Und das ist nämlich ein kleiner E-Commerce Shop. Und was wir hier haben, ist das Digital Gangster. Und hier möchte ich kurz anhand dieses Designs über ein paar Punkte reden, was beim Anzeigenbild oder bei der Werbeanzeige wichtig ist und was deine Klickraten und auch so Verkäufe erhöhen kann. Schau mal, der normalen Fehler, der ich oftmals sehe, ist, dass das Anzeigenbild einfach sehr, sehr klein platziert oder sehr, sehr klein, oder dass das Design sehr klein zu sehen ist. Das heißt, die Leute oder die Leute, die die Werbung erhalten, die schauen das Design an oder die schauen das T-Shirt an, erkennen das Design nicht schnell genug oder sehen nicht, um was es geht, weil eben eine Person daraus, die heute hier mal ein Anzeigenbild rein platzieren gleich, sehen ein Design, welches einfach zu klein ist und somit kommt keine Aufmerksamkeit vor Kunden und somit findet kein Klick statt. Und dementsprechend, wenn kein Klick stattfindet, findet auch kein Verkauf statt, weil die einzige Aufgabe über deine Facebook-Ad ist, ist, den potenziellen Kunden auf deine Webseite zu lenken. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn das nicht funktioniert, dann hast du ein Problem, denn deine Werbeanzeige leitet die Person nicht auf die Seite weiter. Das heißt, das Ziel der Werbeanzeige ist, erstmal einen Klick auf deine Webseite zu generieren. Und wenn das Design zu klein ist auf dem Bild, dann wird das einfach nicht stattfinden. Darum haben wir hier unser Design riesengroß auf ein T-Shirt platziert. Das Gehirn, das verarbeitete Bilder schneller als Text, das heißt, das Design oder das Anzeigenbild ist in erster Linie das aller, aller, allerwichtigste. Okay, als erstes verarbeitet das Gehirn Bilder. Wenn das Bild gut genug ist, dann swipet er nicht weiter, geht er nicht weiter runter, sondern er liest den Text oben und unten durch und klickt eventuell auf die Werbeanzeige drauf. Um die Chance zu erhöhen, dass der noch oder zu dem größeren Teil auf die Werbeanzeige klickt, machen wir folgendes, wir arbeiten den Text oben und unten ein bisschen aus. Jetzt nochmal kurz an dieser Stelle, wenn wir hier nochmal weiter austonen wollen. Vielleicht schaust du manchmal, also du kriegst automatisch Werbeanzeigen, wenn du auf Facebook oder Instagram bist. Du kannst die Werbeanzeigen ein bisschen analysieren, mal schauen, was die da drauf platziert haben, wieso die es so gemacht haben, was der Text ist und du kannst dich davon auch ein bisschen inspirieren lassen. Du kannst sogar einen Ordner zusammen kreieren von deinem Best-of-Werbeanzeigen und in diesem Ordner kannst du beispielsweise auch Werbeanzeigen von der Konkurrenzeige fotografieren und in den Ordner stecken und wenn du das nächste Mal eine Werbeanzeige schaltest, dich ein wenig inspirieren lassen. Das würde ich dir an dieser Stelle empfehlen. Vielleicht könnt ihr den Augenblick, ihr seid vor eurem Werbeanzeigen oder ihr wollt eine Werbeanzeige schalten, aber euch fällt einfach die Inspiration und diese Taktik ist dafür wunderbar, einzigartig, awesome, top. Außerdem, wir sind im Online-Marketing, noch eine weitere Sache ist, wenn du zum Beispiel eine Person mit dabei hast, du kannst natürlich auch das Alter der Person auf das Design anpassen, denn was sagt uns das Marketing? Wir haben die, früher als du eine Zeitungsanzahl geschaltet hast, hat einfach an alle ausgespielt, okay? Aber hier können wir genau entscheiden, an wen es ausspielt und wir können genau anpassen und optimieren, wie die jeweilige Person, ob die Person mit dem Anzeigenbild eine Verbindung spürt, eine Ähnlichkeit spürt und wenn der Fall ja ist, dann wird sich der Klickreis noch mehr erhöhen, weil du hast jetzt das Design und die Person auf deine Zielgruppe angepasst und die Person, die jetzt diese Werbeanzeige sieht, denkt sich, ah, so alt wie ich, ah, schönes Design, jetzt lass uns nochmal draufklicken und dann ist Zeit für deinen Shop, okay? Dann musst du den Shop performen, aber deine Werbeanzeige hat performt. Wenn deine Werbeanzeige gute Klicks hat und dein Shop nicht performt, dann ist das ein Problem von deinem Shop, dann musst du dort arbeiten und nicht an deiner Werbeanzeige. Viele sagen, ah, meine Werbeanzeige schlägt, ich mache keine Verkäufe, wobei der Fehler am Design liegt, okay, am Anzeigenbild, am Text, zu viel Text, zu wenig Text, am Shop, es kann so viele Gründe haben, aber wenn deine Werbeanzeige performt und den Klick generiert, dann ist das abgeschlossen, okay? Dann musst du dir keine Sorge und keine Gedanken mehr darüber machen, sondern dann ist das fertig. Dann mischen, dann die Werbeanzeige performt. Der Klick wird generiert, aber dann ist deine Webseite von Bedeutung. So, wenn wir darüber gesprochen haben, dann gehen wir mal weiter und reden wir mal den folgenden Punkt, dass das Gehirn Bilder schneller verarbeitet als Text und wenn man kurz mal überlegt, wie viele Bilder und wie viele Werbeanzeigen ein durchschnittlicher Mensch am Tag sieht, dann können wir wohl die Aussage oder die eine Studie verstehen, die sagt, Menschen im Internet haben eine Aufmerksamkeitspanne von 8 Sekunden, okay? Weil die sagen auch wie von einem Goldfisch und dementsprechend müssen wir natürlich kurz und knackig gut auftreten, da geht ein schönes Bild, okay? Aufmerksamkeit nehmen und dann mit dem Text, der oben oder unten platziert ist, nochmal den Verkauf antreiben, kurzer Text, eventuell einen Link rein, dann nochmal ein kleiner Schubser, okay, dann mal Schubser in Zeile 3 und hier nochmal, hier Titel, Beschreibung nochmal umarbeiten, jetzt kaufen, solche Sachen kannst du immer wieder, immer wieder benutzen und immer wieder machen, denn das treibt den Kunden an, dass er auf die Webseite klickt, okay? Jetzt, da wir natürlich praktisch hier angehen wollen oder praktisch ein Ganze machen wollen, wenn ich dir unten in die Beschreibung nochmal einen Link hinzufügen für eine, für eine Seite, wo du solche Mockups kreieren lassen kannst, früher als ich angefangen habe, musste ich die mit Photoshop machen, das war eine Qual, du, ich sagst dir, ich habe mir Mockup-Packs gekauft, also sowas, in dieser, also ähnlich wie das hier, bloß, dass ich dann noch mit Photoshop das Ganze bearbeiten muss, das war eine Qual, heutzutage ist das einfacher, es gibt viele Seiten, die dir, solche Mockups, wo du Mockups, oder auf denen du Mockups machen lassen kannst und das Leben ist jetzt entspannter für euch, am Anfang ist es absolut nicht entspannt, du musst es einfach in welche Packs kaufen für 100 Euro, wo drei Mockups drin sind, im Photoshop alles bearbeiten, das war eine Qual, okay, heutzutage haben wir einfach sowas, place it, du kannst dein Design, du kannst dein Design auf ein T-Shirt draufziehen, wir können mal hier ein paar T-Shirts anschauen, April, okay, du kannst dein Mockup auf ein T-Shirt draufziehen, und damit eine Werbeanzeige machen, okay, hier ein normales Gildan-T-Shirt, kein Oversides-T-Shirt, hier ein Muskelshirt, und hier kannst du mal das Alter, das Design, genau auf das Alter anpassen, wenn du zum Beispiel ein Design hast, was für 50-Jährige ist, kannst du den da hier nehmen, okay, wenn du was hast, was mehr in die Hippie-Richtung geht, so normale Sachen, Familie-Richtung, würde ich hier eventuell nicht gehen, weil der Typ schaut schon ein bisschen aggressiv in die Kamera, jetzt sein Bart, der macht mir sogar hinter der Kamera Angst, darum würde ich da auf jeden Fall was Netteres nehmen, hier was in die Streets-Richtung, und das Ganze kannst du dann immer so anpassen, hier das von, hier rede ich zum Beispiel, wenn du das Bild benutzt bei der Hunden-Nische, dann ist das Design sehr, sehr klein, dementsprechend kann niemand deine Design herausfinden und dementsprechend kann niemand da draufklicken und dann hast du mit der Werbeanzeige ein CTR-Problem, ein Klickraten-Problem, was du nicht haben möchtest, genau, wir machen mal weiter, schauen wir uns noch mal ein paar Mockups an, wie ein Flat-Mockup, einen blauen Hintergrund, musst du aufpassen, weil zum Beispiel eine Fußball-Nische ein bisschen ein grüner Hintergrund, das wird passen, aber blau, du musst immer auf die, die Kleinigkeiten oder Details-Matter, okay, die Details, die Kleinigkeiten, die sind im Marketing sehr, sehr wichtig, denn die können dir ein paar Prozente mehr Klickrate geben und das entspricht dann mehr Verkäufen am Ende des Tages, also musst du auf solche Kleinigkeiten achten, ich bin ein Mensch, ich bin nicht kleinkariert, okay, ich führe ein einfaches Leben, aber wenn es um Marketing geht, wenn es um Werbeanzeigen geht, dann versuche ich alles perfekt zu machen, was heißt perfekt, ich versuche auf die Kleinigkeiten zu achten, okay, der Kunde ist ja im selben Alter, der Kunde ist ja in derselben Nische, ich hatte eine Sonnenbrille an, eine Nische, die eventuell nicht in Familiennische geht, okay, es ist kein Familienmockup, und auf solche Sachen musst du aufpassen, und ich sehe viele da draußen, die interessiert uns einfach nicht, die hauen hier einen Mockup rein, hier eine Fußballschuhe daneben und promoten tanzen, okay, du musst auf Kleinigkeiten aufpassen, Details matter, okay, besonders im Marketing, du musst das Marketing auf jeden Fall an deine Zielgruppe eins zu eins im Vornherein überlegen, manche reden immer von einem Kundenavatar, was ich ein bisschen zu viel finde, okay, du kannst aber einen Kundenavatar machen, wie schaut ein perfekter Kunde aus, du kannst eine Beschreibung machen, ich bin ein praktischer Mann, darum empfehle ich es nicht persönlich jedem, aber ja, wenn es dir hilft, geh auf Google, schau dir ein paar Menschen an, okay, das ist mein perfekter Kunde, druck ihn aus, kleb ihn an die Wand, okay, gib ihm ein paar Charaktereigenschaften, ey, das hier ist der Thomas, der Thomas, der isst 35, der Thomas, der isst gerne Burger, Fastfood, der Thomas, dem ist alles egal, er will auch sein, muss sein Bier trinken, okay, da ist er Kundenavatar, und aus diesem Kundenavatar kannst du dann persönlich die Werbeanzeige genau für deinen Kunden machen, hier nochmal ein jüngeres Pärchen, Bonny und Clyde Stil, hier nochmal eine jüngere Dame, wieder Streetstyle, okay, viel Streetstyle, hier, da musst du aufpassen, welches Mockup du nimmst, für welche Nische, und das war auch schon die Aussage des heutigen Tages, ich hoffe diese Aussage hat dir gefallen, ich hoffe diese Aussage hat ein Like verdient und ich hoffe, wenn du das Video likest, dass deine Werbeanzeigen noch besser werden, sonst, kannst du dich gerne jederzeit bei uns für ein Beratungsgespräch unter marketconsultive.de, ich werde das nochmal hier markieren, für ein Beratungsgespräch mit unserem Team bewerben, wir können schauen, ob wir dir helfen können, wie wir dir helfen können, ich werde dir alle relevanten Link sonst unten reinposten, wie du die Science machen kannst, in Zukunft zu einer Druckerei, ein Strategieberatung und ich verabschiede mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen geilen Tag und bis zum nächsten Video, abonniere den Channel, denn sonst verpasst du Videos, die dir im E-Commerce helfen können und dann verpasst du Geld. Sehr, sehr kapitalistisches Ende, insofern wünsche dir noch einen geilen Abend, machs gut und ciao, ciao.